Moin moin, ihr kleinen Wasserratten... Ja, genau. Okay, also, heute geht's weiter mit Subnautica und ich such mein U-Boot da. Oder U-Boot ist es ja nicht, es ist ein Seegleiter. Genau. So, und Höhlensystem wird... In der Nähe eines Höhlensystems wird angegründet, Rettungskapsel 17. Ja gut, da waren wir, glaube ich, noch nicht, deswegen geht's mal... Ach, Richtung Rettungskapsel 17. Los geht's. Obwohl ich dachte, wir wären hier schon einmal gewesen im Tangenwald. Also auf jeden Fall, wir sind wieder da mit Subnautica und wir wollen natürlich weiter in die Tiefen des Meeres vordringen und deswegen suchen wir heute neue Wrackteile. Ja, wir brauchen nämlich noch eine Seemotte auf jeden Fall und nee, hier waren wir tatsächlich noch nicht. Okay, das ist... Das ist hier natürlich wieder sehr cool und da sind wieder diese Riftrücken. So. Da ist sogar ein Seemottenteil direkt und ich würde sagen, das hatten wir noch nicht. Deswegen scannen wir das einfach mal direkt. Ja, hatten wir tatsächlich noch nicht. So, und jetzt... Hier waren wir auch noch nicht. Oh, nehmen wir die PDA mit. Und irgendwo hier muss noch ein Mus-B-Stick liegen. Aber bevor wir jetzt ersticken, werde ich einfach in die Luft tauchen. Denn letztes Mal sind wir ja doch recht oft erstickt. Und das möchte ich heute vermeiden. Oh, das ist halt... Oh, viel besser. Nebenbei, es läuft immer nur alle drei Sekunden. Das finde ich aber auch gar nicht so schlecht, weil wenn da jetzt jede Sekunde immer der Timer laufen würde, würde es doch ein bisschen nervig werden. So. Okay, hier ist kein USB-Stick. Das wundert mich jetzt. In der Nähe eines... Höhlen-Komplexen. Hm. Das heißt, es sind irgendwo Höhlen. Oder? Oder da geht es nur tief... Oh Gott. Da geht es nicht runter. Aber da vorne ist ein Seemassenfragment. Zweites. Das scannen wir dann direkt mal. Super. So, Teil 2. Und... Teil Schrott. Oh, den kann man zwar scannen, aber da ist nichts. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hoch, 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 hoch. Wir haben noch drei Sekunden. Das schaffen wir nicht. Aber ich denke, für die 30 Meter, die sollten wir eigentlich noch schaffen. 10, 9... Ja. Oh. Es ist recht knapp, aber wir schaffen es immer. Oh. Und dann geht es auch schon direkt wieder runter. Wir wollen ja ganz zügig hier suchen. So, wir suchen ein drittes Seemassenfragment. Oh Gott. Oh Gott. So. Okay. Metallschrott. Cargo. Da ist doch was. Oh Gott. Oh Gott. Weg hier. Weg hier. Oh Gott. Das war ein Hai. Okay. Wir müssen uns auf jeden Fall auf die neue Flasche holen. damit wir noch ein Tick länger unter Wasser bleiben können. Okay. Da ist so ein komisches Viech. Aber wir müssen noch mal hier runter. Okay. Schnell. Wir locken ihn weg. Er kommt her. Und jetzt schwimmen wir hier ein Stück weg. Oh Gott. Oh Gott. Sehr schnell. Moment. Da ist ein Seemottenteil. Ähm. Er verfolgt uns immer noch. Hilfe. Okay. Ja. Nähe eines Höhensystems angegriffen. Das ist komisch. Weil ich hier wie gesagt keine Höhle sehe. Okay. Das Ding lässt uns in Ruhe. Ähm. Dann werde ich jetzt einmal das Teil hier scannen. Dann haben wir unsere Seemotte auch endlich. Und jetzt geht's ab an die Luft. So. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, was wir denn für diese Seemotte brauchen. Denn das ermöglicht uns noch einiges anderes zu tun. Und dann können wir uns auch viel effizienter der Wracksufe bitten. Weil wir dann nicht unbedingt jeden Tag zurück zur Basis müssen. So. Dann lass uns doch mal gucken. So. Da finde ich das Invent. Wir haben vergessen die Kiste abzulegen nebenbei. Hm. Okay. Schwierig. Wo ist denn mobile Fahrzeugstiftung? Die brauchen wir. Wir brauchen einen Titanbarren. Eine Energiezelle. Ja. Und den Rest kriegen wir so. Okay. Ähm. Sollte schaffbar sein. Wo kriegen wir denn die Energiezelle her und den Titanbarren? Titanbarren kriegen wir aus 10 Titanen. Und die Energiezelle. So. Ja. Das ist ja... Dann können wir ja gleich... Huch. Oh Gott. Dann können wir ja gleich zurückfahren und uns eine Seemotte herstellen. Das wäre cool. Aber ich will noch mal gucken, ob hier irgendwas vergessen wurde. Ob wir hier irgendwas nicht erkundet haben. Oh Gott. Da ist dieser... Begehen. Da ist dieser Hai. Begehen. Ich... Nein. Nein. Einfach nein. Begehen. Ah. So. Besatzung meldet Defekte wie Gleiterin. Kapsel 3. Die sind schon tot. 17 ist auch tot. Und da hinten bei 4. Da waren wir auch. Die sind auch tot. Echt bescheuert, würde ich sagen. Okay. Und wir brauchen noch was für das Schmiermittel. Und ich bin der Meinung, dafür brauchen wir... Genau. Sehr gut. Ein Schlingpflanzenbüschel. Und dann kann es auch zurückgehen. Klupscher. Die sind süß. Okay. Oh, da ist eine Hirnkoralle. Da kriegen wir ein bisschen Sauerstoff. Oh. Dann warten wir jetzt hier mal einen Moment und lassen unseren Sauerstoff auffüllen. Unseren Stoff auffüllen. Oh je. Komisches Knacken. Das ist nicht gut. So. Erstmal werden wir jetzt hier die Kiste platzieren. Also hier in der Oberfläche wohl eher. Und wir haben Schlingpflanzenbüschel zu wenig. Dann müssen wir doch mal direkt los. Und vielleicht müssen wir auch noch Blei holen. Also dann werden wir jetzt mal alles schnell zusammensammeln. Was wir denn so brauchen. Als erstes geht es zum Schlingpflanzenbüschel. Dann sind wir aus dem gefährlichsten Gebiet schon wieder weg. Okay. Also. Ein Schlingpflanzen-Ding. Dann haben wir das fertig. Ich glaube nämlich man brauchte zwei. Ich bin da zwar nicht ganz drinne. Aber ich weiß ungefähr was wir brauchen. So. Dann brauchen wir ein Stück Blei. Das finden wir auf dem komischen Ding. Was zugeschüttet ist. Aber da ist halt ganz viel Metall. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so finde. Doch. Da hinten. Da hinten. So. Genau. Hier. So. Da brauchen wir einmal Blei. Titan ist auch gut. Nehmen wir auch mit. Fünf all der Fälle. So. Noch ein Titan. Jetzt brauchen wir aber wirklich Blei. Und dann brauchen wir noch zwei dieser Säurepülze. Oh Gott. Dexudieren. Das ist giftig. Haben wir schon gelernt. Kupfer nehmen wir auch mit. So. Okay. Dann geht's wieder runter. So. Wir brauchen Blei. Titan. So. Das reicht jetzt aber auch. Mach mal Kupfer. So. Aber jetzt brauchen wir bitte einmal Titan. Ne. Hm. Dann Titan meine ich schon. Wir brauchen natürlich einmal Blei. Dann tauchen wir halt in den Gang rein. Oh Gott. Das ist ein Monster. Oh Gott. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Okay. Titan. Jetzt sind wir hier wirklich auf der Spurensuche nach. Oh Gott. Nein. Nein. Ganz viel Quarz. Aber wir brauchen nur ein Stück Blei. Das wird doch wohl möglich sein. Kupfer. Kupfer. Da. Auch nichts. Wir brauchen Blei. Hallo. Wir sind auf der Suche nach Blei. Nein. Kein Blei. Oh Gott. Schwimm mal an die Oberfläche. Oh Gott. Das war knapp. Können wir diese Steine scannen? Aber wir haben schon alle. Okay. Ähm. Oh. Es schadet nie Schwefel mitzunehmen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Auf der Suche nach Blei. Gibt es? Ja. Jetzt die Batterie leer. Wisst ihr was ich meine? Und wir sind hoffentlich nicht so weit von unserer Basis weg. Ne. Nur 100 Meter. Ja. Das geht. Ja. So. Also dann brauchen wir sogar noch eine dritte Batterie. Ähm. Weil wir sonst keine... Ja. Mal gucken. Gut. Dann geht es jetzt erstmal einmal schnell zurück. Und die Batterie austauschen. Und dann können wir ja schon mal alles herstellen, was wir haben. Das finde ich eine gute Idee. So. Aber erstmal ein Kommunikator. Aurora. Hier spricht wieder die Sunbeam. Wir haben gerade ein riesiges Trimmerfeld in ihrem Standort entdeckt. Wir sind auf dem Weg zu ihnen. Wir bringen sie nach Hause. Sunbeam Ende. Aurora, das ist die Sunbeam wieder. Oh. Wir haben gerade ein riesiges Trimmerfeld in ihrem Standort entdeckt. Ich wusste nicht, wie schlimm es ist. Jetzt kommt die. Okay. Wie viele... Ich wusste nicht. So. Ein Schmiermittel, bitte. Wir sind jetzt auf dem Weg zu ihrem Standort. Wir bringen sie nach Hause. Sunbeam raus. Und ein Titanbarn, bitte. So. Und jetzt gucken wir mal, was wir noch brauchen. Wo stelle ich denn das Gerät dar? Oder? Oh nein. Nein. Ich muss die Seemotte nicht im... Oh Mann. Ich hatte Hoffnung. Ich dachte wirklich, man könnte vielleicht die Seemotte hier am Dings bauen, aber anscheinend müssen wir sie an diesem Geräte-Dingsel. Geräte-Dingsel. Galerie intake recommended. So. Immerhin läuft unser... Dann machen wir das mal da rein, das mal da rein, das Eko und Gummi. Das brauchen wir noch alles für die... Glasblei. Glasblei. Okay. Also zweimal... Quarz. Okay. Aber wir brauchen erstmal diese mobile Fahrzeugstation. Huh? Und die müssen wir erstmal finden. Ich wusste doch, es ist nicht ganz so einfach. Aber was wir jetzt mal machen können, ist, wir können eigentlich mal die ganzen... Verdammt, habe ich im Ernst? Okay. Dann habe ich also im Ernst die... kaputte Batterie drin gelassen. Ich dachte, ich ziehe die aus, dass ich selber nochmal schnell eine neue her. Dafür habe ich jetzt, glaube ich, noch genug Material. Ja. Hab ich. Das ist wirklich super. Dann läuft das jetzt vielleicht auch mal. Ja. Jetzt läuft's wieder. Das ist super. Dann werden wir jetzt nämlich nochmal auf die Suche nach noch einem Wrackteil gehen. Denn nur durch die Wrack können wir weiterkommen. Wir brauchen nämlich dieses... Hilfe. Hilfe. Oh mein Gott, ist das ein geiler Blick. Oh mein Gott. Hilfe, Hilfe. Oh mein Gott hat uns das hochgeschleudert. Was war da? Was war da? Also was immer das war, das war Hammer. Aber ich glaube, das sollte nicht. Wir schwimmen einfach mal hier lang. Und erhoffen den Fund einer neuen Sache. Ich glaube, ich versuche dir mal aus dem Weg zu gehen, so gut es geht. Und ich verhungere. Ja, also ich muss mir auch was zu essen suchen demnächst. Okay. Oh Gott. Noch ein Hai. In 60 Meter Tiefe. Das ist ein endliche Nichts. Riffrücken. Haie. Kleinere Säulen ragen aus dem Wasser. Und da ist ein Wrack. Sehr, sehr super. Das ist super. Oh Gott, die Geräusche sind unheimlich. Aber ich werde erstmal Luft holen gehen, weil sonst ertrinke ich. Ja, genau. So. Ich gucke gerade. So. Dann lasst uns nochmal runter gehen und einmal... Ich sehe die Riffrücken nicht. Das macht man. Oh Gott. Oh Gott, die Musik ist gerade richtig. Oh, da läuft es mir den Rücken runter. Im Ernst. Also, weil das so... So eine Atmosphäre gerade aufbaut. Na, es ist... Unbeschreiblich. Wow. Okay, da ist nichts gewesen im Wrack. Das ist komisch. Hm. Da sind die Riffrücken. Wir schwimmen einfach mal Richtung Riffrücken. Rift? Riftrücken. Richtung Riff. Und hier ist auch ein Wrack. Hey, das ist ja super. Und Riffrücken. Dann haben uns die Riffrücken doch tatsächlich geholfen. Wir werden jetzt einmal in die Luft gehen. Ich werde dann noch einmal runter tauchen und dann werden wir auch erstmal für heute aufhören. Ist das unser Wrack? Ja, ich würde sagen, es gehört zu unserem Wrack. Das hat sich hier auch über den halben Planeten verteilt. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Komm schon. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Was ist das da? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich tauch noch mal auf. Ich tauch noch mal auf. Oh mein Gott. Diese Haie sind ja schlimm. So können wir gar nicht das Wrack richtig beobachten. Das ist das falsche Wort. Beanschauen. Aber. Wir sind erstmal fertig für heute. Und ich hoffe, ihr schaut morgen wieder rein. Und dann finden wir vielleicht die Teile für die Seemotte. Die restlichen. Also, wir sehen uns morgen wieder. Und. Ciao, ciao.